Hallo, ich bin Marc Jacobs. Ich bin Pflegerinche Leitung hier auf einer Intensivstation in der Asclepfer Schlossberg Klinik. Seit 2019 bin ich auch Vater und da meine Frau auch hier in der Klinik arbeitet, war es für uns erstmal ein großes Problem, wie können wir Beruf und Familie miteinander vereinbaren. Jedoch gibt es hier ganz viele Möglichkeiten mit verschiedenen Arbeitszeitmodellen ganz, ganz flexibel in den Beruf einzusteigen, dass das mit der Kinderbetreuung gar kein Problem ist. Meine Frau kann früher aufhören, ich kann etwas später anfangen. So können wir die Kinder in den Kindergarten bringen und auch rechtzeitig dann abholen. Wenn du Lust auf flexible Arbeitszeiten hast und jede Menge Spaß bei der Arbeit und ein junges, dynamisches Team, dann bewirb dich bei uns, komm in unser Team und sei Teil der Asclepfer Schlossberg Klinik.